Ich möchte Ihnen sagen, dass ich mehr als bloße Sympathie für Sie empfinde. Mehr als Freundschaft. Und ich... Nein, bitte sagen Sie es jetzt nicht, Hildegard. Es gibt Augenblicke, Herr Hildegard, wo die Sprache versagt. Wo ein Blick mehr bedeutet als viele Worte. Vielleicht fühlen Sie, was ich meine, Hildegard. Sie haben da was am Mund. Am Mund, oh, verzeih'n Sie, ist es weg? Nein, auf der anderen Seite. Auf der anderen, oh, ja, ist es weg? Ja. Dankeschön. Ich wollte schon so lange zu Ihnen sprechen, ich habe nur auf den wichtigen Augenblick gewartet. Jetzt ist er da. Hildegard. 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 25, 25, 25, 25, 25, 25. So, Hildegard. Entschuldigen Sie bitte, Hildegard. Geben Sie mir Ihre Hand, Hildegard. Wir sollten miteinander verreisen. Irgendwohin nur Sie und ich. Und da möchte ich Sie immer nur anschauen. Stundenlang. Tagelang. Mit Ihnen am Meer sitzen und Sie anschauen, Hildegard. Möchten Sie noch einen Nachtisch, Hildegard? Nein, danke. Einen Espresso, Herr Ober. Für Sie vielleicht auch einen Espresso. Nein, danke. Nur einen. schon einen Tag. Nein, danke. Ja, danke. Ja, danke. Herr Ober. Vielen Dank.